die ja so die Leute ja wir sind haben wir haben fang du an wir haben jetzt den Sporn des Rätsels entdeckt und wir wissen immer nicht was das ist keine Ahnung und ein Arsch für auch schon vier und ja wir haben hier sind überall so Schilder und Prozent was machst du da um im Worten mit Ort 1 if you don't you are fucked collect golden englisch ist so ist all your score was wir haben die machen also wir müssen gold sachen sammeln Ingwitz also du machst mehr und dies wurde die die Prozent sind war das im Moment weiß ich nicht also ich guck mal kurz nach im war nicht gerade ich komme wieder rein okay das ist und das ist schon eingestellt gewesen und das auch aus ok das ist cool na mal gucken ähm look left toll nein never placed on break blocks except misplaced blocks you are allowed to craft be careful also das heißt glaube ich wir dürfen Prozent grob mir ich bin hier noch unten hier bei der Zeile glaube ich also man darf hier wer was und buttons platzieren und gelbe Wolle und gelbe Wolle und du darfst lapis lazuli blöcke on and you can place lapis lazuli blocks on red wall okay watch out golems will protect villagers also eisen golems werden wahrscheinlich die will ja beschützen dort und schiedet im bieter's blocker samsung erst zu können pek darf vom schieb also man darf nicht um schieten und man darf um sachen aus kisten nehmen und bei der Moni US-Items Leather Button okay die darf man nur mit dem Bett er in der Nome Ozzelot und er kann auch nicht außer hier der hier die 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 ich fiel bei den IDS etwas soll der Scheißmann 2 PMC members was ist PMC keine Ahnung egal ähmens Diamonds Diamonds ganz gelesen ich hab auch die Einzelne was machst du denn jetzt sind wir wieder hier ein jeder stand einem hier wenn du die Regeln gelesen hast drücke auf den Button die Hälfte warum sind wir jetzt wieder hier keine Ahnung ich will nicht dass hier der Sporn ist erst wenn anfangen ja toll sollen wir noch mal Aufnahmen stoppen und den alleine suchen uns ist viel zu langweilig äh ja Prozent scheiße es ist ja dunkel acht was sind der E-Ausführung und geht auf einem stopp okay Leute wir haben es gefunden und ja also wir sind jetzt die ganze Zeit rum geflogen und haben und hatten jedes Haus geguckt ja und das war es jetzt ja das ist unser Haus angeblich so das war ein was heißt woher Prozent reichert um ein schwerer Nein Prozent der Herren schlechter Traum das war ein schlechter Traum ja die Welt schon auf Zeit ich denke wir müssen auch gegründet werden um so ließen auf dem Tisch also ich würde sagen wir haben eine schicke Bude hier m geile Aussicht bei Kumpel aus Aumann Samus den Folien das Haus ist number 0 die Zubut Mister der Herst an Köln um ein Wettbewerb sie an die Tugur zu müsste anziehen Juni und Manchi Entschuldigung noch einmal Nummer Hausnummer 5 Pro-Auszeit mehr wäschlich für die Ersten hier Zulot hau okay welches Haus müssen wir hin Nummer 5 hier ist Nummer 3 etwas ist das denn Nummer 4 ich hab's ja das ist es denn ich hab's hallo ms on key to get you not monkey i have something for you in the next room but to get it you must go to the exotic store and get another good luck you later oh wait a second if you don't you should visit ich bin es soll im Erdnuss die erste der an die Wurzforken der Baustür die Linie ist Erdnummer 10 nächste Jahrhäuser an die E diese Wolle Prozent und gilt geht zu nahm abzulernen was ist gemacht du bist es etwa die Kursung von hierher muss kann man dann und blocken wir müssen zum Exotikstor ja okay steht richtig er die auflösung Exotic Store welchen Nummer nach dem Erzähler Akku Apifo PiS auch sogar wenn wir das ist voll geil die 60 das ist heute macht Goldblock kann ich nicht öffnen da kann ich nicht öffnen ich hoffe nicht dass da irgendwas drin ist was wir brauchen zwei Goldblock ein Lever und ein Hähnchen dann geh mal den Lever nein den hab ich so well und was sollen wir jetzt damit machen wir sollen jetzt den auf den grünen Block machen das ist gelb immer noch immer noch ja irgendwie sieht es dann aus wie dann hat ein Scheiß Texte ne das ist gelblich er kann ich Regen ausmachen obwohl ich hab ein 30 FPS Markt zum zum Dschungel regnet ist ja nein man hat ein Lappes Block weggezahlen ich nicht ich darf auch genug was war da drin Goldblock ja du du sammelt die Goldbahn ne okay das ist die Sammel ich hab's gibt's 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 damit die sehen wie viel wir schon haben heißt hallo pass auf das ist nicht den Zaun runterschmeiß so okay drei Stück was soll man jetzt damit machen jetzt sollen wir das steht da steht das steht da steht die Punkt 1 erdu nam ne Nummer 10 schon wieder nein wir waren da ja ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's verstehe ne muss es hier 7 8 sein 8 ja okay Nummer 9 Ey, cool Guck mal, Eisengolem Warum haust du den denn, Mann? Scheiße 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 Ja, da bist du blöd Ey, das sieht voll geil aus bei mir Ja, genau Mach Porte dich mal zu mir War geil, die Kekse, Mann Was soll jetzt fehlen? Hä? Ach so, ich hab Ex-Slave-Tweil Ja, oder? Hm Hier, warte mal Wo bist du? In dem Haus Ja, warte, komm mal Da gibt's hier den Boden drin Da war doch ein Bett Wenn wir mal sterben oder so Die da mal eben rein und pender Ach nee, ne? Ja, okay, ich geh jetzt ins Bett Ist da irgendwo noch ein Bett? Hm, hm Oh, ist das weit der Weg Geh doch einfach in irgendein Haus, ne? In jedem Haus gibt's eigentlich ein Bett, ne? Ach so Ja, aufstehen Wir müssen nicht pennen Hauptsache das Bordens gesettet Ah Dann nicht Pp Bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Keine Ahnung Hallo, Mr. Schmied No, es ist ein Schmied Wir nennen ihn einfach mal Willfried Willfried Erdo Hallo, you are the chosen born I failed it when we were born All the power unfortunatly your parents Da ist Da ist What you got to Mach nicht du Da ist Da ist What you got to Da ist What you got to Da ist Warum lachst du so? Da ist das ganzes Mal lesen Du bist wie ne Klossenkameraden bei mir Da ist Scheiß Tee hängt mir im Bild Da ist Da ist Da ist Scheiße, Mann Da ist What you got to Erlebt den Scheiß selber, Leute Da ist What you got to Ich hab nur lachen verstanden Was müssen wir jetzt Wohin müssen wir jetzt Wo müssen wir jetzt sind Zum Cave Zum Cave Ja War ja nicht irgendwo noch so ein Wo man runtergehen konnte Das ist am Anfang Irgendwo ganz am Anfang war doch so was wo man runtergehen kann Man fressen war eigentlich die ganze Zeit Das glaub ich doch nicht Ja ne Hier Go outside for the cave entrance Hier Aber mein Club Wacket ist auch immer mehr Ja geil machen wir das noch mehr Ja Nein Es ist immer Schicksalaufnahme Ich hab gedacht es bestimmt so ein Fetter Letztes Lecker So ein fetter Zucker Aber Ja Places block here and find find out what will happen Welchen Block? Ach 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 man hat darf Lappes Blöcke ja auch Dings um Rote Wolle sitzen Noll Ähm backen die Band Haben die gerade bei dir auch so rumgebackt Nö Die Pistens Nach unten oder nach oben Nach unten Juhu Juhu Schneller Ah und Fahrstühle Ja Und die geile Geschipps Ähm die Kekse Hm Oh jetzt seh ich an Warte ich muss doch gut bei Skype schauen Äh Ah Ah ja mach ich auch mal Sorry but I don't have Zeit I'm an on recken I'm am verrecken Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Cool gar nicht If possible I will come How are you Hier Wo bist du reingegangen Nr. 1 Ja Ich steh doch da If possible If possible I will come Jetzt bucke ich mich hier schon an mit meinen Chips Ok ich hab die Sachen in die Kiste getan Du auch mal deine Sachen in die Kiste im Moment Joko keine Sachen Zett 12 Oh 12.000 Time Zett und die Scheiß-Fraps-Zahl steht im Weg So jetzt können wir fennen Alter wird es mich verarschen Time Zett 120 Hallo Mann Zett 8 Hervan Wann ich verstehe nicht von wie man kein Zett macht Christe Hallo Mann Mach du mal Ja So Jetzt stelle ich mich auch mal auf beschäftigt Time Zett Nae Wann geht das nicht Time Zett was muss man eingeben 5 1 2 3 50.000 Ey willst du mich verarschen Time Alter Mann Was denn 1 2 3 Ah 500.000 jetzt kannst du pennen im Bett Und verkriegt Mach mal auf Mach mal auf Mach mal auf Witt die fuck man das ist eben hier Das ist ähm Die auf Das ist jump and run ne Oh ne Verkock locker Was ist das Äh Is the lever is pointing to your feet Do this Switch the lever Wait 5 seconds and switch it again Oh ne nicht das Komm mir jetzt bestimmt diese Dinger da außer Wand Also ich muss sagen das bringt voll Bock Das ist geil 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 Ich kann das nicht ne Geil 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 Muss halt nicht essen 1 2 1 4 5 Der Typ kann nicht mit Redstone umgehen Ja Hahaha Checkpoint Hä Alter man Was ist das denn mit einem Behinderter Checkpoint Das ist doch kein Checkpoint man Ich glaub die sind jetzt immer auf An Die Dinger Deswegen Weil ich den Checkpoint aktiviert hab Boah Jo jetzt mein Stadster im Weg machen Haha Ich bin immer nicht gesprungen Du bist schon wieder gestorben Mhm Was darfst du eigentlich gar nicht machen weil ich den Checkpoint eigentlich nur erreicht hab Du nicht Jetzt gehen die wieder aus der war doch an Ja ich muss es ja mal ohne machen Ja ich darf es nicht Warte da kostet das sowieso Warte da Warte da Warte da Ich bin der erste Sprung nicht in den Opfer Ja bist du Ja bist du Ich hab nur das gesagt was du auch gesagt Warte Na mal kommen denn diese komischen Dinger aus der Wand Hallo Heute noch Wenn das Schild lesen würdest dann würdest du verstehen was da Ähm was da Warum das nicht gegangen ist Du musst den Checkpoint aktivieren Du musst den aktivieren Also den Checkpoint Also diese Stelle und dann musst du ähm Fünf Sekunden warten Nein Bist auch untergefallen Fick dich Ja genau du Genau deiner Zugschau Nein Oh das ist halt Ja ich bin früher gestorben als du Das wäre mal eine Map für Pizzi Ja ne Ha wir haben Spielnitz aber erst dann können wir sagen Lückstück Ja klaut alles von Krog Können wir sagen Ne Wie heißt die Map eigentlich Die jetzt hier gerade Ja Keine Ahnung ne Jungle Wo stand das Scheiße Genau Jungle Adventure Weil wo stand das denn Bei einem Plan Minecraft Ding Jetzt hast du es verraten Ja ok Wir haben uns gedacht Weil das letztendlich so gut rübergekommen ist dass wir Erstmal mal ein Ländchen machen Erstmal Erstmal Und Ich habe natürlich nachgeguckt aber die Map Spiel hat noch keiner gespielt Das ist voll geil Und bis jetzt scheint die jetzt kacke zu sein Nein Ist voll geil man Ja Schon Ähm Hast du den Link noch? Oh Ja ja Kannst du unten verlinken Nein Und 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 Wenn ihr irgendwas zu bemängeln habt dann Schreibt das mal Nur ein Daumen rund Ihr könnt einen Daumen runter geben Ihr könnt noch ein hochgeben aber bitte schreibt auch warum ihr einen Daumen runter gibt Wenn ihr nur einen Daumen runter gibt einfach so und dann 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 Ja Dann können wir es auch nicht regnen Dann können wir es regnen Ne Oh da Warte mal Ok kann ich nicht machen Ey wiss Na Spreeeat Dein Mikrofon rauscht einfach das